Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Beziehungskrise meistern. So erkennt ihr eine bevorstehende Krise und könnt sie frühzeitig lösen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Wenn man als Liebespaar in eine Krise gerät, dann ist das häufig oder fast immer ein schleichender Prozess. Die Probleme entstehen nicht von heute auf morgen, sondern es ist eher häufig so, dass die Lage sich mit der Zeit immer weiter zuspitzt. In der Krise selbst häufen sich die Probleme und die Beziehung gerät ins Wanken. Als Paar ist es daher wichtig, die Krise frühzeitig zu erkennen, damit die unguten Gefühle nicht dauerhaft ein ständiger Begleiter sind. Wir zeigen euch, wie ihr eine Krise erkennen könnt und auch diese lösen könnt. Ja, in dem Moment, wo die Krise sich offenbart und man sich in der Krise fühlt, ist ja meistens vorher schon lange Zeit viel passiert und man hat vielleicht das eine oder andere versucht anzusprechen, das andere verdrängt. Ja, also auch wenn so plötzliche Sachen sozusagen passieren oder so offensichtliche Sachen wie ein Fremdgehen oder eine Affäre auffliegt, dann ist man nicht in dem Moment in einer Krise, sondern die Krise bestand schon wesentlich vorher. Vielleicht hat man es nur einfach nicht so genannt. Aber vom Grundsatz her war die Krise auch da schon da. Ja, so typische Probleme, die vorliegen, warum man ja nicht so auf die Idee kommt, ich bin gerade in der Krise oder steuere darauf zu, weil letztendlich würde man ja normalerweise eher präventiv schauen, dass man da gar nicht hineingerät, sind häufig, dass die anderen Lebensbereiche so vereinnahmt geworden sind. Man hängt in der Arbeit drin, hat dort viele Projekte, vielleicht viel zu tun, Überstunden, Hobbys, Freunde, man wird Eltern, man möchte noch Sport machen und so weiter. Also es gibt so viele Themen, um die man sich kümmert und dabei auch sehr viele Themen, die einfach sehr laut, wichtig, dringend, vordergründig sind. Und dass es manchmal dazu kommt, dass die Themen innerhalb der Beziehung über Gefühle sprechen, wie geht's uns, fühlst du dich gut, gibt es irgendwelche unguten Gefühle, die entstanden sind, die vielleicht zu lösen sind, passt alles in den Hintergrundraten. Auch das, was dann eben manchmal so als Selbstverständlichkeit beschrieben wird, dass der andere da ist. Wenn man bereits dann in der Krise drin ist, ist natürlich die Problematik, dass die Lage dann einfach sehr angespannt ist und man selber nicht mehr wirklich den Ausweg findet, weil man natürlich emotional selber beteiligt ist, was natürlich so schwierig macht. Und es staunen sich dann ungute Gefühle immer mehr an, so ein Berg entsteht, der Alltag, der ja einfach auch weiterläuft, weil das Leben läuft ja in der Krise trotzdem weiter, wird zunehmend anstrengender, kraftraubend. Und das macht es dann schwierig, sich überhaupt auch mit seinen eigenen Problemen in der Partnerschaft weiter in der Tiefe zu beschäftigen. Und warum ist es da hingekommen? Der Grund ist oftmals das fehlende Wissen zur richtigen Lösung von diesen Konflikten. Also stattdessen werden Themen eher oberflächlich besprochen. Man geht nicht in die Tiefe. Man spricht häufig eher über die Symptome anstatt über die Ursache. Also über das, was man so gerade merkt und was sich gerade nicht gut anfühlt, aber schaut nicht, wann war es mal gut und was ist passiert, dass wir an diesem Punkt gelandet sind. Also wo lag eigentlich die Ursache dafür? Und was auch sehr häufig passiert ist, dass faule Kompromisse geschlossen werden. Also Kompromisse, die nicht für beide vollkommen stimmig sind, sondern von einem von beiden immer noch so restunstimmig geblieben sind. Und das fällt einem irgendwann auf die Füße. Ich glaube, diese Frauenkompromisse schließt man auch, weil man nicht mehr die Kraft hat oder das Gefühl hat, man hat vielleicht nicht mehr die Kraft, so in die Tiefe einzusteigen in dem Moment. Und man sagt dann, okay, wir müssen ja irgendwie weitermachen, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dann kommt schnell der faule Kompromiss. Ja, dann entsteht es, dass die Probleme dauerhaft werden, Deckel benötigt werden, um die unguten Gefühle irgendwie in so einer Box zu behalten, dass die nicht ständig präsent sind. Und irgendwann läuft diese Box über oder das Fass läuft über. Irgendwann kommt es dann eben zum offenen Konflikt und zur Krise. Wissen ist nicht der einzige Bestandteil, was eben auch gebraucht wird, wenn man weiß, wie man Konflikte löst, dass man an einem rechtzeitigen Punkt einsteigt, die Konflikte gut zu lösen. Denn wenn erst mal die Spirale weit genug in Gang ist, heißt es eben auch, dass die Gefühle immer intensiver werden und man irgendwann in so einer eigenen Befangenheit drin hängt. Ich habe gerade mit einem befreundeten Coach gesprochen, der gerade mit einem anderen Coach einen Konflikt hat. Und ich dann so mitgegeben habe, naja Mensch, ihr habt ja das ganze Wissen, das dann gut zu lösen. Und er dann auch sagte, ja, das Wissen reicht manchmal nicht. Ich hoffe, dass wir auch die praktische Kompetenz haben und nicht die entsprechende Befangenheit, um das zu lösen. Denn manchmal braucht es dann eben jemanden, der das Ganze leitet. Wenn du zwei hast, die eben in den Gefühlen völlig befangen sind, dann ist es manchmal schwierig, dort so durchzugehen. Kommen wir im nächsten Punkt mal zu den Folgen. Folgen sind natürlich, dass Verletzungen auf beiden Seiten sind, die ungute Gefühle ausmachen. Angst, dass es vielleicht zu einer Trennung kommen könnte, wenn man nicht mehr aus der Krise es rausschafft. Aber auch natürlich so etwas wie Wut und Frustration, weil man es nicht mehr schafft, Themen richtig und für sich auch irgendwie noch halbwegs frühzeitig dann zu lösen. Weil man schon so im Konflikt drin ist, dass man immer, wenn man ein Gespräch vielleicht anfängt oder wenn man sich vornimmt, abends etwas zu klären, schon merkt, da ist so ein ungutes Gefühl. Da ist Wut, da ist Frust. Wir schaffen gar nicht den Weg zu diesem Gespräch mehr hin. Es kommen zu Vorwürfen. Und so dreht man sich dann immer mehr im Kreis, sodass man irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr das Gespräch suchen mag, sondern versucht, Gespräche zu vermeiden, die Konflikte mit sich bringen können, damit man nicht wieder in ungute Gefühle kommt. Das macht natürlich in der Folge auch traurig, weil man merkt, dass die Kommunikation sich verringert, man über immer weniger Themen spricht. Meistens geht einher, dass auch die positiven Themen weniger werden und man über die auch immer weniger spricht und das Lösen von Verletzungen eben nicht richtig funktioniert. Ich glaube auch, was bei der Kommunikation immer auch deutlich wird, ist, dass man die Kommunikation kürzer wird. Also deswegen kommt es dann häufig auch wieder zu Missverständnissen. So funktionale Kommunikation. Ja genau, weil man ja nur noch wie bei der Arbeit oder vielleicht so im Team sich gegenseitig organisatorische Dinge erzählt und auch immer da ein großer Anteil ist von wegen, ja, das ist doch klar. Also für mich wäre das jetzt klar, dass wenn ich das und das sage, dass sich daraus die und die Aufgaben ergeben oder für mich ja jetzt klar, dass man so und so handelt oder dass man da doch nochmal nachfragen würde. Und das ist, glaube ich, immer die Schwierigkeit, wenn die Kommunikation sozusagen so gestört ist aufgrund von Verletzungen, dass es wie so ein Ping-Pong-Spiel ist, dass in der Kommunikation es überhaupt nicht mehr gut ist dann. Ja, eigentlich, wenn man das nochmal zusammenfasst und auch jetzt nochmal so auf den Titel der Podcast-Folge schaut, dann ist ja eine häufige Ursache, ein häufiges Problem dafür, dass eine Krise nicht frühzeitig gelöst wird, dass man, glaube ich, den Punkt, wann man in einer Krise sich befindet, viel zu spät setzen würde. Sondern eigentlich müsste man schon viel früher über eine Krise sprechen, macht das aber nicht. Oder müsste auch viel früher dann der Beziehung Prioritäten einräumen. Das passiert leider an vielen Stellen erst dann, wenn man schon die Trennung vor Augen hat, dass vielleicht jemand ausspricht, androht, sagt, Mensch, da laufen wir hin. Also wenn so die Trennung tatsächlich greifbar wird, dann wird für viele auch die Krise richtig greifbar und kommen ins Handeln. Manchmal zu spät, weil einer von beiden innerlich schon weiter ist und eigentlich mit der Beziehung abgeschlossen hat. Das heißt, was gebraucht werden würde, ist, dass man schon viel früher anerkennt, wir sind hier in einem Beziehungsstatus, der sich für beide nicht gut anfühlt. Ob man ihn dann Krise nennt oder nicht, aber es ist ein Status, der entweder schon in der Krise ist oder auf jeden Fall eine Krise und aus der Krise heraus, wenn wir das dann nicht lösen, in eine Trennung führen wird. Wir sollten jetzt schon uns Zeit nehmen, der Beziehung Prioritäten einräumen, das Thema wirklich intensiv anzugehen und zu lösen, bevor die nächsten Schritte, die ja auch mit ganz viel Leid verbunden sind, dann eintreten. Und sie treten ein, wenn man nichts tut. Diese Konfliktspirale, die hört nicht einfach nur auf, weil man sagt, hey, lass mal wieder gut miteinander umgehen. Das reicht meistens nicht aus. Wir haben zu dem Thema wieder einen Blogbeitrag geschrieben. Schaut gerne bei uns auf der Website nach. Im Blogbereich, da ist immer der neueste Artikel direkt zu sehen, falls ihr nochmal intensiver nachlesen oder reinschauen wollt. Ansonsten, wenn ihr merkt, dass das ein Thema bei euch ist, wo ihr sagt, wir sind gerade genau an diesem Punkt und wollen ganz gerne etwas tun, bevor es so richtig tief in die Krise hineingeht, dann haben wir dafür extra den Bereich Paar-Coaching so ein bisschen abgetrennt, zum Bereich Paar-Therapie. Paar-Therapie eher, wenn man sich in der Krise befindet und dort hinauskommen möchte oder auch eine Trennungsbegleitung machen möchte. Paar-Coaching eher von unserem Verständnis, wenn man sich vor der Krise befindet, kurz vor der Krise, also wenn schon erste Streitigkeiten da sind, eine Konfliktspirale irgendwie schon ersichtlich ist und man sagt, da möchte ich erstmal raus und das Fundament sofort wieder stabilisieren, aber auch lernen, wie ich nachhaltig Konflikte löse, um dann gar nicht erst in diese Krise hineinlaufen zu müssen. Da könnt ihr euch sehr gerne bei uns auf der Website für das telefonische Erstgespräch eintragen und dann entsprechend 10, 15 Minuten schauen wir, ob das thematisch inhaltlich passt, ob alles matcht, um dann ins Kennenlerngespräch mit eurem Coach oder eurer Coach hinzugehen. Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Wir haben sechs Tipps zusammengestellt, um die Krise zu erkennen und zu vermeiden. Punkt Nummer eins, Signale sehen und verstehen, die eine Krise andeuten können. Da geht es halt um so etwas, wie gesagt, wie eingeschränkte Kommunikation. Also die Kommunikation wird kürzer, es ist nicht mehr eine wertschätzende Haltung vorhanden, sie ist funktional, es sind eher so Tür- und Angelgespräche, die geführt werden. Man merkt es auch daran, dass man vielleicht weniger miteinander unternimmt. Es gibt weniger Zeit, die qualitativ gut ist als Paar, sondern es gibt vielleicht nur noch Zeit mit den Kindern zusammen bei Ausflügen. Es gibt keine Paarzeit mehr so wirklich. Und es ist auch so eine innere Haltung, dass beide Seiten vielleicht nicht mehr so wirklich bereit sind, zu investieren. Also sich Gedanken zu machen um den anderen, wie man ihnen eine Freude machen könnte, Ideen zu haben für die Zukunft, gemeinsame Ziele. Also alles, wo man sagt, man investiert in die Partnerschaft. Man lebt nicht einfach den Alltag weiter und guckt, was auf einen zukommt. Und ja, man hat das Gefühl, man gestaltet halt noch eine Partnerschaft zusammen. Sind Signale da? Sollte man sich um diese zeitnah kümmern? Also es ist wichtig, dass die ernst genommen werden, wenn man sie sieht. Das ist auch ein Stück weit vergleichbar eigentlich mit dem Körper. Da guckt man ja auch, gibt es irgendwelche Veränderungen, die untypisch sind? Und dann geht man zum Arzt und hier ist es ähnlich. Gibt es Veränderungen in der Beziehung, im Verhalten zueinander, die untypisch sind? Ist da was anders als sonst? Und wenn ja, dann sollte man darüber sprechen, um zu schauen, was die Ursache liegt. Ganz häufig würde sich das dann wahrscheinlich einfach lösen und klären lassen. Manchmal sind es auch Missverständnisse, die da sind. Und ein anderes Mal klärt man halt ein Konflikt, ein Thema und dann wird es aber gar nicht erst groß. Dafür ist natürlich wichtig und auch wichtig, wenn man eine Krise vermeiden möchte, dort gar nicht erst hineinlaufen möchte, dass man sich mit einer Methodik zur Konfliktlösung auseinandersetzt. Ein zweiter Punkt ist, dass ihr euch frühzeitig mit einer Methodik zur Konfliktlösung auseinandersetzt. Einerseits hilft das natürlich sehr stark dabei, Konflikte zu erkennen. Es nimmt euch aber auch die Angst davor, Konflikte auszusprechen oder Themen, die euch berühren oder wo etwas für euch unstimmig ist, wo ihr ein schlechtes Gefühl bekommen habt, anzusprechen, weil ihr euch dann sicher fühlt, mit der Methodik das Ganze lösen zu können und in eine für euch gute Richtung zu führen. Das führt natürlich dazu, dass ihr eine sehr große Chance habt, eine Krise zu vermeiden, da ihr frühzeitig Themen löst, bevor sie richtig groß werden. Und das kleinste Gefühl, was man durchaus ansprechen darf, ist, wenn etwas unstimmig ist. Also auch einfache Themen, Kleinigkeiten, die einem erstmal als nicht so wichtig erscheinen können, wenn daraus mehr wird, also wenn es häufiger passiert, sich da was aufbaut, in eine Konfliktspirale münden, sodass es wichtig ist, auch die kleinen Themen, die ein unstimmiges Gefühl machen, auszusprechen und zu lösen. Wir benutzen dafür die System Empowering Methode, die sich optimal eignet, um emotionale Verletzungen und Konflikte zu lösen. Wie das genau funktioniert, das erklären wir zum Beispiel in einem Videokurs. Also wir haben einerseits bei uns auf der Webseite den 5x5-Kurs, heißt der. Findet ihr ganz unten im Footer. Der ist kostenlos, gibt es fünf Videos und ein Video davon ist zum Beispiel, wie man sich richtig entschuldigt. Das ist ein Baustein aus unserer Methodik oder der Öko-Check ist ein Baustein aus unserer Methodik. Also wie trifft man richtig Entscheidungen. Aber auch dann, wenn ihr auf den Bereich Workshops klickt, wenn ihr euch dort anmeldet, dann kommt ihr zu einem längeren Videokurs mit über 26 Videos, wo man ganz genau erklärt bekommt, wie man mit Hilfe der System Empowering Methode emotionale Verletzungen und Konflikte löst. Ein Baustein der System Empowering Methode ist es, stets auszusprechen, was wirklich ist. Also wie du schon sagst, nur wenn man Unstimmigkeiten frühzeitig ausspricht, können diese auch gelöst werden. Frühzeitig aussprechen ist wichtig, weil jeder auch unterschiedliche Wahrnehmungen hat. Das heißt, das, was den einen verletzt, muss den anderen nicht verletzen. Und wenn ich dem anderen nicht die Rückmeldung gebe, dass er mich mit dem, was er ausgesprochen hat zum Beispiel, verletzt, kann er das Verhalten auch gar nicht ändern, beziehungsweise kann er gar nicht die Verantwortung für die Verletzung übernehmen. Also nur das Aussprechen führt dazu, dass man Konflikte offen lösen kann, dass sich Probleme nicht weiter hinziehen. Und was zu Systemgesetz 9 Aussprechen, was ist, auch dazu gehört, ist das Anerkennen. Anerkennen, was ist. Also, dass wenn mein Verhalten, welches ja aus einer positiven Absicht heraus passierte, bei jemand anderem ein ungutes Gefühl macht und der spricht das aus, dass ich dieses Gefühl anerkenne, das war ja gar nicht meine Absicht, dieses Gefühl bei ihm zu machen. Und das ist ja genau die Grundlage dafür, warum wir Verantwortung übernehmen können. Ja, dann geht es natürlich darum, auch immer wieder etwas zu tun, was die Beziehung bewusst stärkt. Das können Kleinigkeiten sein, die da schon viel ausmachen. Das sind gemeinsame Lebensmomente, im Großen wie im Kleinen. Das kann eine Tut-mir-gut-Liste sein, auch ein Baustein aus diesem 5x5-Kurs, wo wir das nochmal aufführen. Also, dass beide so eine Liste von ganz vielen Kleinigkeiten führen, die einem gut tun, die ein gutes Gefühl machen und man sich die natürlich auch gegenseitig zeigt, sich austauscht darüber, darüber spricht. Und dann hat der andere natürlich auch die Möglichkeit, dem anderen wiederum etwas Gutes zu tun, was auf dieser Liste steht. Und das ist auch eine besonders gute Geschichte, um für sich selber achtsamer zu werden. So das typische Beispiel ist immer der schöne, gemütliche Kaffee am Morgen, wo man rausguckt auf die Wiese und den Tag starten lässt, wird zum Coffee-to-go, den man irgendwie auf dem Weg zu arbeiten, auch irgendwie um Koffein zu tanken, in sich hineinpresst und das wieder zurückzubringen zu diesem ehemaligen Morgenkaffee, den man genießt und bewusst wahrnimmt. Und dazu ist eben diese Tut-mir-gut-Liste auch gedacht und sehr wertvoll. Ein weiterer Punkt ist, sich in einer wertschätzenden Kommunikation zu üben. Mit wertschätzenden Kommunikation meinen wir eine Kommunikation, die liebevoll ist und vor allen Dingen auf Augenhöhe. Das ist nicht nur im Alltag wichtig, sondern natürlich auch zur Lösung von Problemen. Also die wertschätzende Haltung wird gebraucht, um wirklich Probleme zu lösen, weil wenn man natürlich keine wertschätzende Haltung zueinander hat, ist es schwierig, überhaupt über die Problematik zu sprechen, weil man sofort eigentlich sich in so einem Ping-Pong-Spiel verstrickt von Vorwürfen und Verteidigung. Und auf Augenhöhe ist auch natürlich wichtig, weil das ja auch den Respekt, den man untereinander haben sollte, der manchmal natürlich leider auch in der Krise verloren geht, durch zum Beispiel verbale Entgleisungen oder andere Sachen, der aber eigentlich natürlich vorhanden sein sollte. Das heißt auch dazu überlegen, wie gehen wir miteinander um, wie können wir die Wertschätzung wieder zurückbringen, wie können wir respektvoll miteinander sprechen. Und ein großer Anteil ist natürlich da auch wieder auf die Kommunikation zu schauen, zu schauen, wie können wir überhaupt den Rahmen für eine Kommunikation schaffen, damit Wertschätzung und Augenhöhe vorhanden sein können. Ja, wenn ich das in meiner Kindheit bei meinen Eltern nicht gesehen habe und das in meiner Herkunftsfamilie also nicht so war, dass ich immer wieder gesehen habe, wie emotionale Verletzungen und Konflikte nachhaltig gut gelöst werden, wie man eine wertschätzende Haltung zueinander hat, wie man gewaltfrei kommuniziert, dann ist das natürlich etwas, wo Training gebraucht wird, dort rauszukommen, damit dann auch in den kleinen Situationen das Training gebraucht wird, damit das in den großen gar nicht erst passiert. Also das ist ja wie beim Sportler, warum verletzt er sich so selten im besten Fall oder gar nicht, weil er eben daraufhin trainiert, dass er diese Leistung erbringen kann, wenn sie im Wettkampf gebraucht wird. Und das ist ja sozusagen bei dem hier genau das Gleiche. Wenn ich in kleineren Unstimmigkeiten übe, wie ich die wertschätzende Haltung behalte und dafür sorge, dass ich diesen kleinen Konflikt gut löse, dann bin ich ausreichend trainiert, wenn Wettkampf, der Wettkampf wäre jetzt der große Konflikt, wenn ich in dem das brauche, dass ich die wertschätzende Haltung behalte. Und wenn ich da ungeübt bin, dann rutsche ich da halt schnell raus. Ja, im Coaching ist immer wieder so ein Punkt, wenn Leute sagen, ja, aussprechen, was ist, finde ich anstrengend. Ich kann ja nicht jede Kleinigkeit hervorbringen, die mich stört. Oftmals muss man aber ehrlich gesagt sagen, es ist ja so, gefühlt ist es am Anfang vielleicht komisch, jede Kleinigkeit hervorzubringen, also auszusprechen. Aber es wird ja mit der Zeit automatisch weniger, weil ja man damit arbeitet, weil der andere ja Wissen bekommt, was einen stört. Und dementsprechend sich das relativ schnell ja schon runterfährt. Das ist natürlich eine Anfangsphase, wo man vielleicht auch eine Hemmschwelle hat, das auszusprechen, weil man ja auch sich damit vielleicht verletzlich macht, indem man sagt, dass man verletzt ist. Aber es ist auf längere Zeit gesehen für zwei Punkte ganz wichtig. Einmal für die eigene Zufriedenheit, aber auch um so eine emotionale Verbundenheit wiederherzustellen, indem man sich austauscht darüber, was einem wichtig ist oder was einen verletzt. Ja, und der letzte Punkt, den wir aufgeführt haben, ist, dass ihr regelmäßig über eure Partnerschaft sprechen solltet. Also reflektiert regelmäßig eure Partnerschaft und sprecht über die Zukunft, über Ziele, Visionen. Wie geht es weiter? Wir nennen das bei uns im Coaching dann häufig das Reflektionsgespräch, was wir den Paaren auch empfehlen und sagen, gerade so, wenn sie in der Krise sind, macht das einmal wöchentlich und reflektiert die letzte Woche. Das muss vielleicht, wenn man sich nicht in der Krise fühlt, nicht so häufig sein, aber dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, seine Partnerschaft zu reflektieren, überlegt, was läuft gut, wo wünscht man sich Veränderungen. Das ist auch so ein Sicherheitsanker. Wir wollen natürlich immer im Alltag Verletzungen aussprechen und lösen, aber vielleicht hat das mal aufgrund von irgendetwas nicht geklappt. Es gab doch andere Dinge, die wieder so vordergründig waren, dass man was deckeln und schieben musste. Dann ist das der Sicherheitsanker zu sagen, spätestens dort gucke ich nochmal, ob irgendwas hängen geblieben ist, ob irgendwas im Fundament nicht ganz stabil ist und dann spreche ich das aus und löse das. Aber natürlich auch für die Zukunft zu schauen, was möchten wir vielleicht verändern, was möchten wir erreichen, was für Lebensmomente wollen wir gemeinsam genießen, welche Ziele haben wir zusammen. So kann man natürlich frühzeitig Missverständnisse identifizieren und auf Veränderungen einwirken. Also da merkt man dann durch diese Reflexionsgespräche sehr frühzeitig, wenn gewisse Dinge einfach in Disharmonie sind. Ja, wir hoffen, ihr habt aus dieser Folge viel für euch mitgenommen. Solltet ihr weitere Impulse euch wünschen, dann schaut doch mal bei YouTube vorbei, bei Instagram, Facebook oder Pinterest oder in unserem Blog. Da findet ihr weitere Inhalte von uns. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch für das telefonische Erstgespräch bei uns eintragt. Wenn ihr Unterstützung dabei wünscht, gar nicht erst in die Krise hineinzukommen, das wäre dann das Thema Paarcoaching. Oder wenn ihr aus der Krise hinauskommen möchtet, das wäre das Thema Paartherapie. Tragt euch gerne bei uns ein. Wir freuen uns auf das Telefonat. Bis bald. Bis dann. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.